Hi Folks, herzlich willkommen zum Jahresrückblicks-Vlog für 2017 mit mir, mit eurem Bernie81. Wahnsinn, es ist soweit, das Jahr 2017 steht kurz vorm Ende, Silvester steht vor der Tür und deswegen möchte ich einfach mal zusammen mit euch so ein bisschen auf mein Jahr zurückblicken in verschiedensten Punkten allgemein, was YouTube angeht und ja. Und ich möchte auch am Ende des Videos oder vielleicht auch schon mal zwischendrin so ein paar kleine Ausblicke auf das Jahr 2018 geben, denn man soll ja nicht immer nur zurückschauen, man soll auch mal nach vorne gucken. So, und ihr kennt das mit Sicherheit, so von wegen dem nach vorne gucken, denn viele Leute, das kriege ich zumindest immer so mit, sind am Ende des Jahres irgendwie so, ach ja, Gott sei Dank ist das Jahr vorbei und das war überhaupt nicht mein Jahr und 2018, das wird aber mein Jahr. So, und dazu kann ich nur sagen, 2017 war für mich okay. Ja, also es war jetzt nicht mein Jahr, weil ich habe irgendwie nicht im Lotto gewonnen oder sonst was. Es ist aber auch auf der anderen Seite nichts Negatives passiert, wo ich jetzt sagen könnte, ja, das war so scheiße, das Jahr 2017, das muss unbedingt ganz schnell weg. Also für mich war das einfach okay. Das Jahr 2017 war okay. Und ja, deswegen, also ist es jetzt nicht so, dass ich das irgendwie, ich werde das Jahr 2017 nicht vermissen, ich bin aber auch nicht froh, wenn es weg ist. Alles, alles ganz normal. So, und ja, deswegen, ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen über allgemeine Sachen sprechen und so Sachen, die einfach schön sind, die so im Jahr 2017 mir sehr gut gefallen haben. Und da, ja, fange ich einfach mal an mit meinen lieben Arbeitskollegen, mit denen ich ja, wie ihr das in meinen Monatsrückblicken auch öfters mitbekommt, mit denen ich ja einfach auch öfters mal im Jahr unterwegs bin, ein bisschen was trinken, mal ins Kino. Und das ist einfach eine tolle Sache, das möchte ich hier einfach mal so rausheben, weil ich das einfach wirklich super finde, dass wir uns so gut verstehen. Und dass man halt auch außerhalb der Arbeit was miteinander machen kann und, ja, dass man da zusammen Spaß hat, dass man sich vernünftig unterhalten kann. Und ja, das finde ich einfach eine richtig gute Sache. Und das soll auch so bleiben im nächsten Jahr. So einfach mal allgemein gesprochen jetzt. Dann auch eine sehr schöne Sache, wie ich finde, dass ich dieses Jahr auch relativ viele neue Leute kennengelernt habe. Sei das jetzt durch YouTube, sei das durch die Nerdstar Family. Ja, also das ist echt eine tolle Sache. Und ich bin ja eh jemand, der sich immer freut, wenn er neue, nette Leute kennenlernt. Ja, und wenn man sich dann mit denen auch gut versteht, dann ist das wirklich einfach top. Und ja, sowas finde ich einfach richtig, richtig gut. Und das soll es dann auch schon mit, ja, allgemeinen Sachen fürs Jahr 2017 gewesen sein. So im Großen und Ganzen, weil das ist einfach, wie gesagt, ist einfach, ja, eine tolle Sache, wenn das so ist, dass man viele nette Leute um sich hat, mit denen man sich gut versteht. Aber auf diesen Punkt komme ich später nochmal zu sprechen, wenn es dann zum Thema YouTube kommt. Und das ist eigentlich auch schon das nächste Thema. Denn ich möchte natürlich, wir sind ja hier auf dieser Plattform, möchte ich natürlich auch mit euch so ein bisschen über mein YouTube-Jahr 2017 sprechen. Ich mache da dieses Jahr kein extra Video zu, weil ich das unnötig finde. Ich habe ja, ich glaube, letztes Jahr habe ich ein extra Video gemacht, mein YouTube-Jahr 2016. Aber das möchte ich einfach dieses Jahr hier in diesen Jahresrückblick für 2017 mit reinbringen. Was gibt es denn so zu erzählen über dieses Jahr YouTube? Was war bei mir so los? Zuerst einmal habe ich Anfang des Jahres einen neuen Kanal-Trailer gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den auch wirklich immer noch gut finde. Also ich bin damit immer noch zufrieden, auch wenn sich vielleicht auf meinem Kanal ein bisschen was geändert hat. Aber dieser Kanal-Trailer, der spiegelt mich eigentlich ziemlich gut wieder und auch das, was ich auf meinem Kanal mache. Deswegen sehe ich auch aktuell überhaupt keinen Grund, da jetzt nach knapp einem Jahr schon irgendwas Neues zu machen. Wer weiß, vielleicht kommt da irgendwann mal was Neues. Aber aktuell bin ich damit noch, wie gesagt, sehr zufrieden. So wie übrigens auch mit meinen Thumbnails. Ich habe ja lange, lange, lange rumprobiert. Ich habe wirklich viel probiert, viel rumgebastelt und bin dann zu den Thumbnails gekommen, die ich jetzt habe. Und ich bin mit denen auch immer noch wirklich sehr zufrieden. Also ich mag das. Ich kann mit denen ganz gut arbeiten. Und das sehen vielleicht viele anders. Man könnte, ja, andere Sachen machen. Man könnte mit dem Greenscreen arbeiten. Aber ich finde auch so ein bisschen, dass der Wiedererkennungswert bei meinen Thumbnails durchaus da ist. Ich habe ja auch für verschiedene Formate noch so kleine Bildchen dazu gebastelt. Beim Vlog kommt da irgendwie so eine Denkblase oder Sprechblase. Und ich weiß nicht, wie ihr das als Zuschauer wahrnehmt. Ob sich das eingeprägt hat. Ob ihr da wirklich direkt dann wisst, aha, okay, da ist die Sprechblase. Das ist ein neuer Vlog. Das würde mich mal übrigens auch sehr interessieren. Ja, das Feedback zu bekommen, wäre echt top von euch. Ja, und auch zum Beispiel bei den Unboxings habe ich ja so eine kleine Kiste gebastelt, wo verschiedene Sachen drin sind. Und ja, das, ich weiß nicht, ob ich mir da vielleicht auch zu viel drauf einbilde, aber es wäre definitiv schön, wenn das so bei euch ankommt, so als kleiner Wiedererkennungswert. Würde mich sehr freuen. Deswegen gerne mal in die Kommentare schreiben. So als Rückmeldung ist immer wichtig. Ja, das wissen natürlich die Leute, die auch selber YouTube machen am besten. Denn ohne Rückmeldung, ohne Kritik kann man sich nicht weiterentwickeln. Ja, weiterentwickeln ist ein sehr gutes Stichwort. Denn ich habe mich weiterentwickelt. Mein Kanal hat sich weiterentwickelt. Und zwar habe ich im Jahr 2017, ich möchte euch jetzt hier nicht mit irgendwelchen Mega-Statistiken langweilen oder sonst was, aber ich habe 120 neue Abonnenten dieses Jahr dazu bekommen. Stand jetzt, wo ich das Video mache. Vielleicht kommt da noch einer oder zwei dazu. Vielleicht springen da auch wieder noch ein, zwei ab. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, also 120 Abonnenten im Jahr 2017 dazu bekommen. Habe jetzt 317 Abonnenten. Und damit mein Ziel erreicht. Also ich habe mir ja das Ziel 300, habe ich mir gesteckt für dieses Jahr. Und ich glaube, da bin ich jetzt safe. Also dass da jetzt plötzlich auf einmal 15 Abos weg sind, das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ja, wenn es so wäre, gut, dann ist es halt so. Deswegen höre ich trotzdem nicht auf. Also das ist ja klar. Ist aber schön, dass wenn man sich so ein Ziel steckt, dass es auch irgendwo klappt. Und ja, also das ist ja nicht das Einzige, was sich dann halt auch bei mir verändert hat auf dem Kanal. Denn meine zugegebenermaßen eh sehr wenigen Let's Plays, beziehungsweise das Format Bernie zockt, habe ich ja von meinem Kanal verbannt. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich einfach der Meinung bin, mit Let's Plays kann man heutzutage einfach nichts mehr reißen, weil es einfach viel zu viele Leute gibt, die Let's Plays auf YouTube machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, streamst du jetzt einfach mal ein bisschen öfters, sporadisch. Das ist bis jetzt, glaube ich, zwar auch nur einmal vorgekommen, aber ich möchte das nächstes Jahr definitiv öfters machen, weil das auch einfach Spaß macht. Das macht einfach Spaß. Die direkte Interaktion mit euch im Chat, das ist eine super Sache. Und deswegen, wie gesagt, möchte ich das nächstes Jahr, wenn ich Zeit habe, wenn ich Lust habe, ich werde das dann immer ankündigen, auf Facebook, auf Twitter, dass ich dann halt streamen werde. Und ich werde das auch so beibehalten, wie ich das jetzt auch angefangen habe. Ich werde auf Twitch und YouTube parallel streamen, weil ich einfach der Meinung bin, warum soll ich euch als meine YouTube-Abonnenten nicht mitnehmen. Es wäre ja Quatsch, dann irgendwie komplett auf Twitch zu wechseln, wobei ich Twitch eine super Plattform finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist alles schön übersichtlich, ist schön aufgeräumt und ist auch eigentlich als Hauptplattform zum Streamen sehr, sehr gut. Aber ich nehme euch natürlich trotzdem mit. Und deswegen werde ich dann auch, wenn ich streame, weiterhin parallel streamen. So. Dann habe ich ein neues Format auf die Welt gebracht. Ja, auf den Weg gebracht, auf die Welt gebracht, wie auch immer. Das ist jetzt noch recht jung. Und ich bin aber damit eigentlich ziemlich zufrieden, weil ich selber richtig, richtig viel Spaß habe. Und vielleicht können die einen oder anderen von euch sich jetzt schon denken, worum es geht. Es geht um Bernys 90er. Ein Format, was ich eigentlich angesetzt hatte, hatte für viermal im Monat, also tatsächlich wöchentlich. Ich habe dann aber schnell gemerkt, bevor ich das Format gestartet habe, dass ich mir damit zu viel vorgenommen habe. Deswegen kommt dieses Format jetzt zweimal im Monat. Die ersten beiden Mittwoche im Monat gibt es Bernys 90er. Daran wird sich auch nichts ändern. Denn so wisst ihr, Mittwochs ist Zeit für Bernys 90er und dann könnt ihr euch darauf freuen. Hoffe ich zumindest, dass ihr euch dann auf dieses Format auch weiterhin freut. Ihr könnt auch gerne, sehr, sehr gerne, weiterhin da Vorschläge machen für das Format Bernys 90er. Klar, ich kenne sehr viel aus den 90ern. Ich bin schließlich in den 90ern aufgewachsen. Aber vielleicht schleicht sich da doch mal das eine oder andere Thema noch an mir vorbei, was ich dann vergesse. Und das wäre ja dann auch schade drum. Deswegen immer gerne Vorschläge raushauen für Bernys 90er. Mit Sicherheit wird das dann früher oder später irgendwann mal umgesetzt. Also das kann ich eigentlich versprechen. Ja, dann habe ich zum Beispiel auch jetzt, ja, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, wie lange das jetzt schon läuft, mal wieder so eine kleine Aktion gestartet, die tatsächlich, ja, super ankommt. Und das freut mich natürlich ungemein. Ich habe die Lootbox auf Wanderschaft, habe ich, oder Lootbox und Tour, Lootbox auf Wanderschaft, habe ich auf Reisen geschickt. Und die ist jetzt mittlerweile schon bei, ich meine, 10 anderen YouTubern angekommen. Und die Reise geht auch noch munter weiter. Ich finde es toll, dass die, ja, einfach quer durch Deutschland zieht, die Box. Das ist ein super Projekt. Man lernt dadurch neue Kanäle kennen. Einfach echt interessant. Und von mir aus kann die Box auch gerne noch ein bisschen durch die, durch die Gegend reisen. Da habe ich eigentlich jetzt nicht so das Problem mit. Ja, das ist der, der aktuelle Stand, so was meinen Kanal betrifft. Nächstes Jahr, da möchte ich euch schon mal einen kleinen Ausblick geben. Stand jetzt werde ich nächstes Jahr kein neues Format bringen. Ich werde kein neues Format auf den Weg bringen. Dafür möchte ich aber, das habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon gesagt, die Formate, die ich jetzt habe, möchte ich einfach mehr befeuern. Da muss einfach mehr Content kommen. Und da habe ich mir Folgendes vorgenommen für die Formate, die eh nur sporadisch kommen. Ich spreche da jetzt von Beat the Bernie, von meinen Top-Listen, von der Facepalm des Monats. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Von diesen drei Formaten spreche ich und da habe ich mir Folgendes vorgenommen. Ich möchte bei Beat the Bernie sowieso, das ist ja schon länger geplant, mindestens, beziehungsweise bei Beat the Bernie werden es vier Ausgaben nächstes Jahr wert. Und auch bei der Facepalm des Monats und bei meinen Top-Listen möchte ich, das ist mein Ziel, mindestens vier Stück im Jahr bringen. Viermal möchte ich das Format auf jeden Fall bringen. Die FAQ-Videos, die soll es natürlich auch weiterhin geben. Da bin ich auch auf euch angewiesen, denn, ja, wenn ihr keine Fragen stellt, dann kann ich sie nicht beantworten und dann stirbt dieses Format langsam aber allmählich und das wäre wirklich schade drum, denn ich setze mich da gerne hin. Ich beantworte sehr gerne und auch ausführlich eure Fragen. Deswegen, ja, lasst das Format am Leben. Das habe ich ja auch in der letzten Ausgabe schon gesagt, wo recht wenig Fragen da waren. Ja, und auch das ist so ein Thema. Ja, das wünscht sich, klar, das wünscht sich jeder YouTuber. Ich persönlich, das ist so ein bisschen so meine, mein Hauptaugenmerk, wo ich mich freuen würde, wenn das noch ein bisschen mehr wird und zwar die Kommentare. Das ist so mein Wunsch für 2018, dass unter meinen Videos einfach mehr Kommentare erscheinen und habe ich eine Zahl für nächstes Jahr. Ich weiß nicht, ob die 500 fürs nächste Jahr nicht zu hoch gegriffen sind. Ich weiß es nicht. Also 400 klingt, denke ich, realistisch, weil bei jetzt über den Daumen knapp 320 Abos sollten 80 im Jahr wohl, denke ich, doch möglich sein. Das würde mich auf jeden Fall tierisch freuen. Ich sage mal 400 und alles, was drüber hinausgeht, wenn es 450 werden, mega, freue ich mich absolut. Ja, und ich schaue einfach mal, was das nächste Jahr so bringt. Ich habe mir auch eigentlich für dieses Jahr lange Zeit keine Zahl, kein Limit gesetzt gehabt, kein Ziel, aber dann irgendwann habe ich gedacht, doch komm, 300 wäre schon super. Und ja, wie ich das eben schon sagte, es hat ja dann auch geklappt. Ja, und das ist eigentlich auch für das Jahr 2017, was YouTube angeht, eigentlich alles. Und halt, dass ich mir wirklich wünsche, dass es 2018 weiter nach oben geht. ja, vor allen Dingen halt mit den Kommentaren, denn ich finde das einfach, ich finde das einfach schön, mich mit euch auszutauschen. Das macht einfach immer Spaß, andere Meinungen zu hören, durchaus auch gerne mal kritische Meinungen zu hören. Habe ich ja gar kein Problem mit, wenn es konstruktiv und nicht beleidigend ist. Immer gerne, immer raus damit, also einfach kommentieren, was das Zeug hält. Da freue ich mich definitiv. So, das Letzte, was ich im Bezug zu YouTube noch sagen möchte, ist, ich habe das ja eben, habe ich das eben gesagt, im Allgemeinen schon, ich glaube ja, ich habe es gesagt, dass ich viele neue Leute kennengelernt habe. Und, wie gesagt, auch bei YouTube hat sich da so ein bisschen, was die Leute angeht, auch ein bisschen was verändert mit einigen, ja, ich habe zum Beispiel den Finchi dieses Jahr das erste Mal persönlich getroffen, den habe ich mit dem Onkel Weidemann, bei dem habe ich auf der Gamescom übernachtet, da komme ich dann auch später nochmal zu. Und einfach mit Leuten viel mehr zu tun, also entweder neue Leute kennengelernt, da denke ich in Sachen YouTube beispielsweise an den Mirko, Mirkos Kosmos, den Linse 50, den ich auch über die Nerdstar Family kennengelernt habe. Ja, einfach eine tolle Sache, YouTube-technisch ist das, ist das einfach schön, wenn man sich mit seinen Kollegen gut versteht und neue Leute, neue, nette Leute kennenlernt. Und ja, kann gerne so weitergehen, wer weiß, vielleicht trifft man ja nächstes Jahr auch mal den einen oder anderen, den man noch nicht persönlich getroffen hat, unter anderem vielleicht mal den Mirko, wer weiß das schon. Also, das war es in Bezug auf YouTube und wie gesagt, wenn ihr mir einen Wunsch erfüllen wollt, dann seid einfach fleißig in der Kommentarspalze und ja, spammt die einfach zu. Ich freue mich in Sachen YouTube gerne auf eure Kommentare, denn so eine nackte Kommentarleiste da unten, Kommentarbereich, sieht immer ein bisschen blöder aus. Also, ich freue mich zusammen mit euch auf das Jahr 2018. Schauen wir mal, wie es da mit YouTube weitergeht. Ja, im Jahr 2017 gab es sehr coole Aktion, ziemlich viele Sachen und die erste, ja, was heißt, das war ja keine Aktion, aber das war trotzdem für mich schon irgendwo was Besonderes. Ihr seht es im Hintergrund, die Nintendo Switch ist erschienen. Für mich sehr besonders, denn ich habe seit, ich weiß gar nicht, seit zehn Jahren oder über zehn Jahren das erste Mal wieder eine Konsole in meinem Besitz und das ist definitiv was Besonderes und dass es dann auch noch eine Nintendo Konsole ist, denn mit Nintendo bin ich aufgewachsen, viele von euch da draußen wahrscheinlich auch und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich einfach sehr zufrieden mit der Nintendo Switch bin. Es ist eine absolut tolle Konsole, die nicht auf Grafik ausgelegt ist, also sie konkurriert in keinem Fall mit einer Playstation oder mit einer Xbox, Nintendo hat da einfach ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, das muss man einfach sagen, wie es ist und sie haben da einfach eine mega innovative Konsole auf den Markt gebracht, denn es ist doch einfach genial, dass wenn du keine Lust mehr hast im Wohnzimmer am großen Fernseher zu zocken, dir deine Switch schnappst und dann ab ins Bett gehst und dann dort einfach noch weiter zocken kannst, super Gerät, meine Frau und ich, wir haben den Kauf absolut nicht bereut, ich muss sagen, ich freue mich echt aufs nächste Jahr, was da noch alles so rauskommt für die Switch, ganz oben natürlich das neue Metroid, ja, lassen wir uns einfach mal überraschen, es gibt viele Leute, die sagen, ja, gut, eine Switch brauche ich jetzt nicht, weil so viele Exklusiv Titel gibt es da ja nicht drauf, aber Leute, also alleine Breath of the Wild, gut, das kann man auch auf der Wii U glaube ich spielen und Mario Odyssey haben für mich schon den Kauf der Konsole definitiv gerechtfertigt und da ist ja noch so viel mehr, ob das jetzt Mario Kart ist, Bomberman, irgendwelche Spiele aus dem eShop da von Nintendo, geile Sache, ist einfach richtig gut und ich bin, wie gesagt, total zufrieden und bereue den Kauf der Nintendo Switch in, ja, in keinsten Falle, ne, also das war, deswegen ist das, wie gesagt, auch für mich in diesem Jahr definitiv ein Highlight gewesen, ich weiß nicht, ich habe mich auch einfach mega gefreut, als ich das Teil ausgepackt habe, es war einfach ein geiles Gefühl, diese Konsole in der Hand zu halten und deswegen kann ich nur sagen, ich würde mir jederzeit wieder eine Nintendo Switch kaufen, wenn ich sie nicht schon hätte. Ja, dann als nächstes auch eine Sache, die eigentlich in den letzten Jahren fast immer stattgefunden hat, auch wenn ich selber kein Vater bin, muss ich sagen, dass der Vatertag in den letzten Jahren immer eine richtig coole Sache war, so auch dieses Jahr, dieses Jahr haben wir mal ein bisschen was anderes gemacht und zwar sind wir dieses Jahr im Movie World mit einigen unserer Jungs gewesen, sind da schön mit dem Zug hingefahren, haben ein bisschen was getrunken und hatten dann eigentlich im Park einen super schönen, super lustigen Tag, das Wetter hat auch mitgespielt und das Beste an der ganzen Geschichte war, dass wir zum halben Kurs da waren, wir hatten Coupons und haben da, meine ich, 50% vom Eintrittspreis gespart, das war richtig, richtig gut und mehr hätte ich auch eigentlich nicht bezahlen wollen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Park an sich hat sich jetzt nicht so mächtig verändert, seitdem ich das letzte Mal da war und das ist auch schon 15 Jahre oder länger her und ja, wie gesagt, für den Preis, ich meine, wir haben 20 Euro bezahlt, war das auf jeden Fall voll okay und es war ja auch, das schönste war ja auch einfach, dass wir da zusammen waren und dass wir da so Spaß hatten als Truppe und ja, den hatten wir auf jeden Fall deswegen das ist auch ein Highlight gewesen für mich dieses Jahr schön mit meinen Jungs im Movie World gewesen an Vatertag dann geht es weiter mit einer das war auch einfach eine verrückte Aktion ich war ja mit dem Patrick mit dem Linse 50 dieses Jahr zweimal bei Radio Nucular einmal in Köln und Ende diesen Jahres ich glaube das ist jetzt auch schon wieder zwei Monate her in Münster so und jetzt wir nach Köln gefahren sind ich muss das jetzt hier einfach nochmal erzählen standen wir also wir haben uns halt am Bahnhof getroffen da habe ich ihn zum ersten Mal auch persönlich getroffen halt und das hat auch alles direkt gepasst wir haben uns direkt gut verstanden alles super standen dann da am Bahnhof am Bahngleis haben auf unseren Zug gewartet und haben uns da unterhalten und dann auf einmal meinte der Patrick so ey ich habe meine Karte zu Hause vergessen ich habe ihn nur angeguckt und habe nur gesagt ach komm der Witz ist da jetzt schon ist doch ausgelutscht den kennen wir doch alle das ist doch ist doch nichts neues es war aber kein Witz er hatte tatsächlich seine Karte zu Hause vergessen was dann dazu geführt hat dass wir mit einem Taxi zu ihm sind er dann 50 Euro Taxikosten nochmal oben drauf hatte und wir dann den nächsten Zug genommen haben relativ spät in Köln angekommen sind aber es tatsächlich noch pünktlich geschafft haben bevor es losging da anzukommen und dann haben uns da in die Theke geknallt und hatten einen super lustigen Abend bei Radio Nucular war mega gut absolut genial so auch in Münster da war das mit der Anreise alles ein bisschen besser wir sind dann mit dem Auto gefahren Patrick ist gefahren angekommen direkten Parkplatz da vor der Location gehabt also besser geht es eigentlich gar nicht und ja der Abend war cool aber nicht so ganz perfekt für mich weil es ging halt um das Thema Stranger Things habe ich noch nicht gesehen konnte ich nicht wirklich viel mit anfangen habe aber natürlich trotzdem weil es einfach die Jungs sind von Radio Locular die feiere ich ja einfach mega trotzdem viel gelacht definitiv muss man einfach sagen also jederzeit wieder nur 2018 gibt es ja leider keine Radio Locular Tour mein Abschiedssatz zu den Jungs nachdem ich mir dann noch Autogramme geholt habe war einfach noch wir sehen uns dann 2019 da haben sie ziemlich gelacht also lassen wir uns mal überraschen ob das dann auch wirklich so wird also ich würde mich definitiv freuen und ich hoffe dass das auch so sein wird dass die dann 2019 wieder auf Tour gehen dann waren wir dieses Jahr wieder im Urlaub und zwar so wie letztes Jahr auch schon am Bodensee in Langen Argen war ja eigentlich war es ein sehr sehr schöner Urlaub wenn da nicht die Verletzung von meiner Frau gewesen wäre sie ist ja beim Unwetter beim so einen mächtig krassen Regen ist ja ausgerutscht und hat sich dann eine Bänder Dehnung Bänder Zerrung geholt das war nicht so toll das war auch alles ein bisschen chaotisch also ich sag mal wenn meine Schwiegermutter und ihr Freund nicht auch da im Urlaub gewesen wären dann hätten wir ein richtiges Problem gehabt denn wie die meisten von euch ja wissen ich habe keinen Führerschein und so so dann der Freund von meiner Schwiegermutter das Auto meiner Frau zurück gefahren und das hat dann auch funktioniert alles ja sonst hätten wir da erst mal festgesessen das wäre dann halt ziemlich uncool gewesen Gott sei Dank ist dann alles noch mal glimpflich abgelaufen und wir sind dann auch vernünftig nach Hause gekommen ja bis auf die Geschichte war der Urlaub halt einfach mega gut war schönes Wetter wie immer da unten und ja so mein persönliches Highlight war eigentlich der Besuch der wie heißt der Rheinfälle in der Schweiz da war ich ja mit dem Freund von meiner Schwiegermutter und es ist einfach so beeindruckend es ist wirklich toll einfach und ich würde auch definitiv gerne noch mal hin da kann man sich einfach lange aufhalten das kann man das muss man einfach genießen es ist einfach ein wahnsinniges Naturspektakel und laut meines Wissens ist das auch tatsächlich der Wasserfall in Europa mit dem größten ja mit dem größten Wasserlauf so habe ich es jedenfalls gelesen mega mega geil also ich kann es euch wirklich nur empfehlen wenn ihr mal in der Nähe seid von Schaffhausen schaut euch diesen Wasserfall an also fahrt zu den Rheinfällen es ist grandios es ist einfach ja super da könnte ich jetzt mega ins Schwärmen kommen schade war es ein bisschen dass es nicht geklappt hat ich wollte mich ja mit dem Richie von Sunny und Richie wollte ich mich ja treffen das hat leider nicht so gut geklappt wir haben uns zwar ausgetauscht aber irgendwie ja passte das alles nicht so wirklich wie wir uns das vorgenommen hatten aber ich bin schon mit ihnen in Kontakt und da wir nächstes Jahr aller Voraussicht nach wieder nach Langenargen am Bodensee fahren wollen wir es nochmal in Angriff nehmen und dann mal schauen ob wir uns dann nächstes Jahr treffen das ist schon mal so ein kleiner kleiner Spoiler fürs nächste Jahr würde mich definitiv freuen wenn das nächstes Jahr klappen sollte ja nächstes Jahr also urlaubstechnisch nochmal an den Bodensee das wird schon wird schon schön also ich fühle mich da auch total wohl es ist einfach ein schönes kleines Örtchen da lecker essen leckere Leute nette Leute meine ich leckere Leute nette Leute leckeres Essen so rum und ja man kann da wirklich richtig schön entspannen ich habe das ja eben schon mal so ein bisschen angerissen mit ich habe das schon zweimal glaube ich jetzt angerissen mit neuen Leuten kennenlernen und so weiter und so fort und da möchte ich jetzt einfach nochmal einen Blick zurückwerfen auf die Gamescom diesen Jahres denn ja alleine an diesen Wochenenden also an diesen zwei Tagen vielmehr an diesem Wochenende habe ich drei Leute kennengelernt einen aus der Nerdstar Family und zwei meiner YouTube Kollegen die ich persönlich treffen durfte die ich vorher noch nicht persönlich getroffen habe das war einmal der Vadi von der QTV den ich auch eine lustige Geschichte einfach getroffen habe weil mein Zug sich verspätet hat und ich dann mit einem anderen Zug gefahren bin in dem er auch saß sehr sehr coole Geschichte war schön dich zu treffen Vadi falls du das Video hier siehst und ja vielleicht sieht man es ja demnächst mal wieder dann natürlich den Onkel Weidemann vom schroff gezockt bei dem ich ja halt genächtigt habe und da möchte ich mich auch an dieser Stelle wirklich noch mal recht herzlich für bedanken dass das alles so gut geklappt hat das war einfach ein sehr schönes Wochenende nicht nur die Gamescom selber auch bei dir zu Hause absolut gastfreundlich wir haben ja gegrillt mit seiner Frau zusammen und es war war wirklich richtig richtig klasse hat richtig viel Spaß gemacht und gerne wieder also falls nächstes Jahr wieder Gamescom angesagt ist und falls du mich noch mal erträgst dann können wir das gerne nächstes Jahr wieder holen ich würde mich auf jeden Fall freuen weil das einfach sehr cool war ja und dann habe ich auch auf der Gamescom selber nicht nur ich auch der Onkel Weidemann hat dann das erste Mal haben wir den Finchie persönlich kennengelernt von Finchies Welt auch ja Videos mega nett locker total entspannt also auch ein Highlight definitiv gewesen muss man sagen hat mir sehr sehr gut gefallen und ja wer weiß vielleicht treffen wir uns dann alle nächstes Jahr auf der Gamescom oder wo auch immer wer weiß das schon lassen wir uns einfach mal überraschen war jedenfalls sehr schön zu Gamescom selber ja weiß ich nicht also mein Highlight von der Gamescom selber war einfach dass man Leute getroffen hat die man vorher nicht so kannte und das ist auch wenn ich nächstes Jahr zu Gamescom fahren sollte auch wieder so das Hauptaugenmerk einfach Leute zu treffen ich habe ja dann auf der Gamescom selber auch den Wadi nochmal getroffen da waren ja die Jungs von Jungs und Mädels von Nerdstart TV die haben da ja für MSI die ganze Technik gemacht und die haben wir dann auch mal kurz besucht auch mal hallo gesagt auch den Maxi von The Final Stage Show der mittlerweile bei Nerdstar Azubi ist ja ja das das einfach mein Hauptaugenmerk bei der Gamescom ist es einfach Leute zu treffen muss ich einfach sagen wie es ist denn ich stelle mich dann nirgendwo an um irgendwelche Spiele zu spielen die ich sowieso anderthalb zwei Monate später dann kaufen kann da kann ich mir auch irgendwelche YouTube Videos anschauen die dann da eh landen also mein Hauptaugenmerk wie gesagt ist definitiv Leute treffen was die Gamescom angeht ja was war denn dann noch so los es war ich war auch eine verrückte Aktion ich war DJ Azubi in Bielefeld im Stereo das war von unserem lokalen Radiosender von Radio Bielefeld da konnte man sich halt auf etliche Sachen bewerben ich habe mich halt darauf beworben eine Nacht als DJ im Stereo Bielefeld und ich habe natürlich selber nicht aufgelegt aber ich stand halt die ganze Zeit mit den DJs hinter dem DJ Pult habe auch eine Freikarte gehabt ich konnte also quasi den ganzen Abend umsonst trinken und es war super cool also einfach dahinter zu stehen die Atmosphäre aufzusaugen dann durfte ich noch zwei Lieder von mir spielen die ich mit dem USB Stick mitgebracht habe das war dann von Rockstar ein Lied zumindest soweit ich mich noch erinnern kann mega geile Aktion Hammer Abend es war richtig Party angesagt also einfach nur nochmal Daumen hoch dafür das war auch einmalig und ja das war es da ist für mich ist definitiv dank Radio Bielefeld damals echt ein Traum in Erfüllung gegangen auch die DJs beide super cool gewesen mit dem einen habe ich jetzt noch über Facebook und über Instagram so ein bisschen Kontakt mega locker und echt ein Hammer Abend gewesen kann ich nicht anders sagen dann war ich mal so ganz analog unterwegs mit einem Arbeitskollegen in Essen auf der Spiel 2017 das war für mich auch mal so eine sehr sehr interessante Erfahrung muss ich sagen denn ich hätte einfach auch gar nicht damit gerechnet dass es so viele Spiele gibt so viele Brettspiele Kartenspiele Wahnsinn echt einfach überkrass also ich meine auf der Gamescom gibt es riesige Stände auf der Spiel sind die Stände jetzt nicht so groß aber es sind so viele ihr könnt euch das gar nicht vorstellen und ja ich habe mir da auch ein Brettspiel selber gekauft anstatt 85 habe ich 45 Euro bezahlt bis jetzt noch nicht gespielt aber eigentlich und das ist das Traurige spielt man wirklich viel zu wenig Brettspiele finde ich irgendwie also das ist eine tolle Sache Brettspielen macht richtig richtig Spaß und eigentlich sollte man viel mehr Brettspiele spielen das ist auch so die Message die ich da von der Spiel mitgenommen habe und man hat einfach so viele interessante Sachen gesehen hat Spaß gemacht würde ich jetzt weiß ich nicht ob ich da jetzt unbedingt noch mal hin müsste aber es war auf jeden Fall für mich persönlich war es mal eine sehr interessante Erfahrung und ja mein Arbeitskollege der hat da ja auch voll zugeschlagen der hatte seinen Koffer mit und hat da ja ich weiß gar nicht hat da richtig Spiele gekauft auf jeden Fall ne und wie gesagt also interessant gewesen hat richtig Spaß gemacht war mal was komplett anderes und es war vor allen Dingen auch entspannter als die Gamescom weil nicht irgendwelche Kiddies da stehen und schreien nur damit sie vielleicht irgendwie einen Schlüsselanhänger zugeworfen bekommen oder so ihr wisst was ich meine ich habe ja jetzt schon häufiger die Nerdstar Family erwähnt für die ich ganz ganz viel Liebe habe definitiv also das sind einfach meine Lieblings Nerds das muss ich einfach mal so sagen wie es ist und ich bin immer immer sehr sehr glücklich wenn ich bei ihnen sein darf und ich war wenn mich jetzt nicht alles täuscht dieses Jahr zweimal also offiziell zumindest da wobei das eine mal war eher unoffiziell inoffiziell einmal war ich beim morgen magazin spawnt zu gast beim Dirk Dirty Dirk und da haben wir so ein bisschen haben uns einfach gut unterhalten es war super ich habe habe ich was mitgebracht zum verlosen ich glaube ja eigentlich mache ich das ja immer und das war aber nicht das einzige Mal denn Nerdstar hat ja dieses Jahr Geburtstag gefeiert und zusammen mit dem Vadi und mit dem Linse habe ich einen Kuchen bestellt aus dem Internet mit dem Logo von Nerdstar und den haben wir dann quasi in einer Nacht und Nebel Aktion ja beim 33 Stunden Livestream vorbeigebracht das kann man sich auch nochmal angucken ich werde denke ich mal eh alle Sachen ja wenn ihr die Sachen nochmal in kompletter Länge gucken wollt dann kann ich die euch nochmal unten verlinken in die Videobeschreibung und es war schön einfach und die Jungs und Mädels haben sich gefreut war einfach klasse und wie gesagt ich kann es nur immer wieder sagen wenn ihr wirklich auf authentische Nerds steht wenn ihr damals gerne Giga geguckt habt wenn ihr die Rocket Beans mögt Nerds TV kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen das ist einfach eine tolle Gruppe eine tolle Community und die sind auch wirklich so wie sie da sind da verstellt sich keiner richtig gut also deswegen das ist auch so ein Highlight für mich dass ich da sein durfte wieder mal weil die mag ich einfach also ich weiß nicht ob man das erkennt ich kann das nicht so gut aber ganz viel Liebe für alle Leute die was mit Nerds zu tun haben so ja und da kommen wir auch schon fast ans Ende was auch noch für mich ein Highlight war es war jetzt ein kleines Highlight ich war bei uns in Bielefeld bei der einer Lokalzeitschrift also bei der Neuen Westfälischen halt und habe da gegen einen Redakteur FIFA 2018 gespielt die haben halt so eine Reihe ja dass man dass die jedes Arminia Spiel quasi nachspielen oder vorspielen vielmehr so orakelmäßig und ja das war auch ganz lustig wie ist es ausgegangen 2 2 meine ich das Spiel dann einen Tag später habe ich ja damals schon erzählt nächsten Tag war ja dann das Heimspiel und das ist dann tatsächlich auch 2 2 ausgegangen völlig verrückt coole Aktion hat mir sehr viel Spaß gemacht da mit dem Björn zu zocken das war richtig richtig nice also schöne Sache und das war auch schon tatsächlich mein Jahr 2017 das war das waren so die Highlights und ich habe jetzt eigentlich auch wirklich alles erzählt ob jetzt allgemein YouTube und dann halt diese Aktion was für mich besonders war halt in diesem Jahr aber ja das ist ja noch nicht alles denn ja wie gesagt das Jahr 2018 das ist ja quasi steht ja steht ja vor der Tür und deswegen möchte ich euch einfach mal schon mal so sagen ich freue mich mega auf das nächste Jahr weil es gibt jetzt schon zwei fette Sachen die schon klar sind worauf ich mich freuen kann und das ist zum ersten einmal Ende Januar in Essen der Julius Award bei dem ich vertreten sein werde nicht als da werde ich mit ein paar Leuten auch aus der Nerd Star Family aufschlagen und dann werden wir uns das da angucken der Wadi mit seinem Kanal der JTV ist auch nominiert der hat sich da beworben ich habe es ja leider verpasst ich habe es ja ein bisschen verbummelt mehr oder weniger und ja dann werden wir da auch ein bisschen angucken dann gibt es noch eine Aftershow Party Hotel Zimmer ist auch schon gebucht ich glaube wir sind irgendwie so 6 7 Leute aus der Nerd Star Family die dann da anwesend sind freue ich mich mega drauf und ich muss auch nochmal einen ganz fetten Daumen nach oben geben für den Julius Award selber für alle Leute die was damit zu tun haben und sich darum kümmert eine ganz tolle Sache für kleinere YouTuber ich meine es geht bis Kanäle die bis 2000 Abos haben die sind da vertreten ja warum auch immer nur die großen die kleinen haben genauso ja Respekt und Beachtung verdient wie die großen auch vielleicht sogar noch ein bisschen mehr manchmal denn die liefern auch mit Sicherheit sehr guten Content wenn nicht manchmal sogar besseren so sehe ich das die zweite große Sache und da werden jetzt wahrscheinlich einige ja könnten da eine facepalm des monats draus machen es ist eine Band die einfach ja die ich einfach schon lange lange höre seit meiner Jugend die mich auch immer noch begleitet vielleicht nicht mehr ganz so oft wie wie damals aber tatsächlich noch sehr oft und das sind die Bösen Onkels und ich habe es tatsächlich geschafft dass ich fürs nächste Jahr Karten bekommen habe für das Stadion Konzert auf Schalke in Gelsenkirchen und das heißt ich werde Ende nächsten Jahres die Bösen Onkels live sehen das erste Mal in meinem Leben und ich weiß nicht wie das ob ihr das vielleicht kennt aber wenn ihr eine Band schon mega lange verfolgt mega lange verfolgt und sie dann zum ersten Mal live seht das also ich glaube das wird einfach ein Genuss pur und da freue ich mich schon extrem drauf ich habe vier Karten bestellt quasi zwei sind auch noch weggegangen eine ist noch über die ist aber mehr oder weniger auch schon reserviert und ich freue mich extrem aufs nächste Jahr was da alles so kommen mag ich bin gespannt ich freue mich auf euch dass wir hier zusammen auf meinem Kanal wieder eine Menge erleben und ja einfach mal schauen was da alles so kommen mag wie gesagt ich bin sehr sehr gespannt ich also es wird ja jetzt nicht nur der Julius Award sein nicht nur das Onkels Konzert es wird einiges mehr noch hoffentlich passieren hoffentlich auch nur positives wobei man da nie vor geschützt ist es kann immer irgendeine Scheiße passieren aber ja einfach mal die Daumen drücken dass es nicht so wird und dann möchte ich mich jetzt hier auch an dieser Stelle schon verabschieden ich sage vielen Dank fürs Zuschauen nicht nur jetzt bei diesem Video sondern ich möchte mich wirklich bei euch bedanken für jeden Aufruf für jeden Daumen nach oben für jedes Kommentar was ihr bei mir abgeliefert hat das ist absolut nicht selbstverständlich und ich freue mich wirklich über jede Interaktion mit euch das macht einfach tierisch tierisch viel Spaß und ich bin auch wirklich motiviert fürs Jahr 2018 was YouTube betrifft ich habe richtig richtig Bock und ja ich wünsche euch allen an dieser Stelle hier zum Abschluss des Videos einen guten Rutsch lasst euch nicht irgendwie rein labern wie ihr Silvester zu feiern habt macht euer Ding passt auf euch auf ganz ehrlich denn ich bin auch ein absoluter Fan von Pyrotechnik und ich habe auch einiges gekauft aber passt auf euch auf ihr wisst es ist immer wenn da braucht nur einer im besoffenen Kopf irgendeinen Scheiß mache ist kacke also passt auf euch auf habt einen guten Jahres wechsel und ja ich hoffe auch dass 2018 eure Sachen die euch vornimmt dass ihr das auch umsetzen könnt könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben ob ihr irgendwelche guten Vorsätze für 2018 habt ich habe keine dann brauche ich mir wenigstens keinen Kopf machen dass ich sie dann später nicht einhalte so das soll es gewesen sein wie gesagt habt einen guten Rutsch wir sehen uns nächstes Jahr wieder danke fürs Zuschauen ich bin raus ciao ciao euer Bernie 81 und nochmal danke für alles tschüss tschüss Untertitelung des ZDF, 2020